Hallo alle zusammen und willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy X, wo ist mein, ah da ist mein Controller. Im letzten Part sind wir in Heim angekommen, also in Riku's Zuhause und die werden gerade von den Anhängern von Irwin attackiert. Mann, habe ich viel Geld. Okay, ähm, 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 ich werde das Team kurz um, 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 um zu disponieren. Was? Ah, ja, das Spiel war mal zwei Wochen, kein Final Fantasy und hat keinen Plan, was man tun soll. So, passt. Okay. Ich habe echt keinen Plan, was ich tun soll. Ich renne jetzt einfach mal den roten Teil. Ja, und es ist echt schon, ja, wie gesagt, zwei Wochen her, dass ich das letzte Mal Final Fantasy gespielt habe, weil ich zurzeit sehr viel um die Ohren habe. Und das war gerade alles. Oh Gott. Herr Yimini. Herr Yimini. Okay. Okay, Moment. Wer ist A? Wir wissen, wer A ist. Du bist D. C. Du bist A. Moment. 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 Riku. Da brauche ich Riku, so. Weil Riku kann dem ja seine Dingsmus klauen. Seine High Potion. Erlebt immer noch. Also ich mag die Guado nicht. Ich finde die... Ich mag die nicht. Ich finde, ich mag die nicht. Gut. Dann hole ich die liebe Lulu rein. Beziehungsweise nein, ich hole Wakka rein. Dann kann Wakka den Typi hier mal wieder ballern. Weil dann kann der nicht mehr angreifen. So. Dann hole ich Lulu rein. Wo muss ich gegen die eigentlich kämpfen? Das ist meine nächste Frage. War das jetzt Eisra oder Wassra? Ich bin mal, das war Eisra. Schein zu stimmen. Okay. Hatten wir, glaube ich, eh schon alle. Moment. Nein. Nein. Weißmagie. Mach mal Hass auf Lulu. So. Ja, stimmt. Das war Eis. Klar, ich werde die das anwerfen. Wo ist es? Man verzehe. Ich hätte zuerst den... einen töten sollen. Aber egal. Gibt es halt mal gedünsteten Tiers. So. Ähm. Ähm. Ich durfte Refleko. Dann mache ich die mal alle. Ich traue mich mit Tiedis den gar nichts anzugreifen. Okay. Okay. Okay, hat sich erledigt. Okay. Okay. Letz. Okay. Okay. Och. Okay. und dann darf noch mal augen angreifen du bist nicht du bist immer noch nicht auch wollen aber du bist auch bei der Bomber sagen wir nicht was ihr zu tun habt hier ist okay ja seit wann hast du seit wann heißt ist ok die die Hm, kann ich eigentlich um uns zurückgehen? Tatsächlich. Ich möchte mich... Ja, das ist meine neue Sprache. So, mich würde jetzt kurz interessieren... 17, 18, 19, hm? Okay, ich möchte mich aber kurz aufhellen. Alter Schwede! Halt doch mal, du blödes Handy. Ich habe keiner nach deiner Meinung gefragt. So, ähm, Rico ist ja jetzt da lang. Ich kann nur da lang, okay. Wie das legt das Spiel? Oder ist es nur bei mir so? Ich habe keine Ahnung. Um Gottes Willen! Wieder müssen mich die Gegner immer so schrecken! Riku? Ich bitte dich, dass du von dem da klauen tust. Au! Au! Nein, da ist du mir eine Riku in Ruhe! Mach mal es heiß mal! Ja! So! Ähm, ähm, wie ging das nochmal? So, 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 so! Riku, du darfst mal gehen! Noch alle voll viel hab hier! Wiedersehen! Aua! Au! Die machen alle ein bisschen sehr viel Damage! Ähm, ich glaube, ihr mochtet kein Feuer, ne? Ja, genau! Ja, genau! Ja, genau! Ich greif mich selbst an! Wenn ich das andere... Ja, genau das will ich haben! So, dann darf mal Tiedis kommen! Mach mal Gemetzel, wenn ich das auf die Reihe kriege! Ja! Z-Nanti! Möchtel so! Möchtel so! Ja, ja, deine Musik! Das freut mich! Hatten wir alle? Möchtel so! Möchtel so! Möchtel so! Möchtel so! Möchtel so! drehen so diese ist der monster game metzlau in zeit niemand nein das freut mich ich habe keine post ist dass das freut mich kannst du es wieder ordnen ich will ich will ich guck mal ich guck ganz kurz du wirst wirst du das tapier dazu kriegen du würdest geht es dir gerade überhaupt lang ich bin gerade ein bisschen nein wirklich nur mit dem blöden dings nein okay nein so lulu wird hat hier auch kriegen und du wirst auch ab hier kriegen das finde ich echt cool jetzt so perfekt hat die lulu ein bisschen mehr genau okay dann geht's habe ich eigentlich ein zeitlimits ich hoffe nicht ich hoffe nicht wo bin ich denn jetzt überhaupt lang woher komme ich überhaupt nein ganz ehrlich ich habe jetzt schon keinen bock mehr diese gegner da waren wir die die anderen lustiger lustiger ich möchte mich jetzt ein bisschen mal kurz umgucken ja da ist eine schatztruhe die ist gerade aufgetaucht all bad das finde ich ja nice ist hier noch irgendwo was der lebt nicht mehr das schaust zum präventivschlag brüll doch nicht so okay so woher komme ich jetzt okay gut ich habe verstanden da gibt es hier vielleicht irgendwas für mich so und du magst mit mir nicht reden was ist hier yo hi freut mich eure bekanntschaft zu machen so gib mir eine halbe pauschen danke bitte danke lange jikimari angreift habe ich kein problem da mit nein nein da ui das hat gesessen und ich glaube das ist jetzt auch nochmal er lebt immer noch das mit meinem Moment weil das sind eine high portion auf die marie genau so aron darf da bleiben dem einen viermal auf dem kopf der wacker blendet ich wollte eigentlich den anderen ich kann den anderen irgendwie nicht erwischt ich kann jetzt kann ich noch mal sehen die geblich den anderen mein gott das ist ein bisschen anstellen wenn jeder jetzt nicht so mitmachen dass ich haben das jetzt an so tschüss warum lebt er noch egal lulu machen wir freuen dann hat es die sache nicht okay jetzt nicht mehr blind das finde ich nicht so toll die das schreist das jetzt nach jedem gegner okay was haben wir hier was bin ich weil ich nicht weil ich nicht ab band 20 gefunden dst ok das ist ein passwort für siegel schatz droht bitte in der sprache der old beide eingeben dsorui was willst du von mir sori das ist hallo tut mir leid nie was war das jetzt? das habe ich jetzt nicht verstanden ok gut wir haben aber 20 buch dann gehen wir da mal weiter runter hätte ich gesagt so dann treffen wir hier auf was ist das denn? Liko ok gegen die kämpfen wir noch und danach beende ich den Part ich will von dem boado clown genau ich tue das mal den dann darfst du mal von dem was klauen so und du darfst mal von denen dragon nicht gerne aber ich glaube die gegner hat mir noch gar nicht Nassau erlernt um gottes will aber Kimahri ist ein bisschen böse das macht Nassau gut schön zu wissen dass wir jetzt alle böse sind so ich will nicht dass Riko schon ihre Ekstase macht klar jetzt sehe ich es wieder nicht gut dann holen wir es mal Waka rein und Waka tut erstmal den einen nein ich will den anderen das ist der andere ich habe keine Ahnung ich sehe das leider nicht ok doch so dann kommt noch nur an sehen wir jetzt was die nein doch ok es heilt da machen wir mal Blitzer aber ich glaube Blitzer heilt die nicht und dann hole ich mal die liebe Riko rein und du liebe Riko darf mal basteln so und wir holen uns jetzt erstmal Handgranate und Handgranate nein 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 warum hast du Wasserfall nein das heilt die doch nein nicht das heilt sie nicht ok ich dachte das heilt sie ich dachte das heilt sie ich dachte das heilt sie mit Riko was danke dass du meine Riko tötest danke danke das finde ich echt mega wunderbar ja dann hole ich mal Kimahri rein Kimahri macht auch Kimahri macht ich weiß nicht so ich finde ich finde Persos sehr verlochend ich weiß nicht ob ich die dafür dann was kriege aber sie sind wenigstens weg doch ich krieg glaube ich was ganz viel Onyx Hallo Onyx war schon Spiel ok dann würde ich aber sagen ich mache hier im Hauptdurchgang bevor wir in den Keller rennen und sieht alles in Luft sprengt einen kurzen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part bis dahin Ciao Ciao Ciao